oh man was haben wir denn noch so nimmst du noch auf? ja ja sicher oh Gott Busdepot Survival mit randoms das wird's jetzt Rage Mode on Beitrittversuch bei einem Spiel wird wahrscheinlich nicht klappen weil wir zu zweit sind lol okay dumm 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 ist ja gut dumm dumm boah vorhin hab ich euch den Ladescreen ja erspart jetzt dürft ihr den anschauen bis irgendwer ausgetimt ist oder? mit wem? mit wem? hm? ach cool okay wieder ein Einknochen und ein Zweiknochen alles klar Auto kann ich mir merken allerdings kann ich den anderen nicht aussprechen oßat 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 chitsch ee oßat wow zum glück überhaupt keine verzögerung oder so meine Fresse Ich habe 128er Ping, du hast nur 190er Ping. Wer ist Haus bestimmt der mit dem Namen, der irgendwie nach Russe klingt. Oder nach... Ich habe 376er Ping. Oh Gott, das ist gar lustig. Ne, der Arterial Auto ist Ping, genau, ist Haus. Weißt du, der hat 17, wir haben alle 326. Schau mal, warte, ich schieße jetzt, jetzt kommen die Punkte, jetzt, jetzt kommen die Punkte, jetzt, jetzt kommen die Punkte. Meine Fresse. 376 Ping. Und der Oss-Oss-Gi-Wieso spricht man den Scheiß-Namen aus? Nenni, einfach Ossi. Der Ossi hat null Punkte, null Kills, null K.O.s und wahrscheinlich ne Shotgun, die Olympia, oder? Was hat der? Nein, der hängt hier noch an der... Wo ist denn der überhaupt? Bewegt das? Der hängt hier im Eck, der hat sich hier im 14 geholt. Scheiß auf Punkte, ich will ne M14. So nach dem Motto. Boah, juck, boah. Ey, wolltest mich doch trollen, echt. Boah, Hammer nice. Jetzt müssen wir... Alter! Bist du auch schon down, oder was? Nö, warum nicht? Halt zum Haul! Das musst du ja auch mal machen. Danke schön, dass du down gegangen bist, jetzt kann ich zur Box. Anstatt einfach... Das müssen wir echt mal machen, anstatt so'n... Let's Play einfach mal aufnehmen, wie wir echt zocken müssen, ohne irgendwelche Themen oder so. Sind wir doch gerade dabei! Ja, okay. Genau so, so ungefähr. Ja. Pupp, kiss dich! Ach, ich kann doch gar nicht. Aber... Jetzt stehen hier vier Leute auf einem Quadratmeter von der Box. Da Boxen haben keiner. Boxen. Oh, leck mich am Arsch, du. Wieder ein 235-Scapping. Ich weiß schon, wie ich das Let's Play nennen werde. Ich will's gar nicht wissen. Das, wenn ich nach vorne gehe und mit der Type schieße, ich bewege meine Maus nicht. Seht ihr, wie die verzieht? Okay, jetzt nicht, jetzt lade ich gerade nach. Aber ich ziehe auf den Reifen, ja? Und jetzt bin ich über dem Kopf von Maximilien. Äh, nee, vom Ossi. Alter, wie die... Ossi klingt doch schon wesentlich humaner. Das ist doch schlimm. Links, 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 rechts, 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 rechts. Das ist Olli auf Xbox. Ja, stimmt. Oh mein Gott, Nuke! Super. Ja. Oh, ich kann boxen. Maximilien nicht. Doch, der war gerade. Jetzt nicht mehr. Hui! Hoppala. Dankeschön. Tschüss, Type. Der Ossi boxt. Was klickt er? Der hat das nicht verdient. Wieso klickt der die Hammer und ich eine S12? Ja, der ist halt Hammer, wie er sich bewegt in seinem... Outfit. In seinem Ossi. Ossi-Outfit. Hat der Bowie-Knife? Gibt's hier Bowie-Knife? Wer hat Bowie-Knife? Das sah gerade so aus, als ob der einen Bowie-Knife hat. Das sah irgendwie so groß aus, sein Messer. Liegt vielleicht am 300er-Ping. Ja, ich... Messer, einfach... Ich messer und... Acht Meter weiter rauskommt. Ja. Na super, jetzt haben wir einmal instern, dann kommt kein Schwein. Hat da einer eine Ray-Gun? Übrigens, so würden wir auch in echt zocken, also ohne Themen jetzt. Das brauchst du jetzt nicht weiter hier drüber reden. Doch, das will ich einfach mal erwähnen, dass die anderen auch wissen... Was sollen sie denn dann wissen? Ja, eben... Keinen... Was ich auch anders kann, Leute! Ja! Ja! Der kann auch mal in Runde 4 keinen Down haben. Kreiz, Maul! Traurig, aber wahr! SMR! Ja, APD! Dolphin Dive! Ja, unser Auto hat ein RPG. Super. S12 geht ja noch, aber SMR kann es ja völlig weghauen, echt. Ja, das stimmt, die ist scheiße. Jo, ich geh dann gleich mal noch boxen, weil was sonst... Ja, ja. Double Points. Na komm mal her, hier, Zombies. Und wie geht's dir so? Ja? Ja. Mir geht's ganz gut. Ja, ja. Ich zockt Zombie Mode mit anderen Kacknoobs. Der eine hat mich vorhin geblockt, dass ich down gegangen bin. Wow, wie einfallsreich du einfach bist beim Erzählen, das ist hammer. Ja, ich zock grad Zombie Mode mit anderen... Echt jetzt? Hm. Wer soll ich sagen, ich zockt grad? Call of Duty Black Ops 2 Zombie Modus. Überlebenskampf mit Randoms. Klingt's besser? Nein. Ja, dann lass mal's. Ach, Olli, wieso nicht? Komm schon. Eine Runde. Du kannst ja mal... Du kannst ja mal... Ähm... Jetzt nochmal erzählen über deinen... Deine neue Anschaffung, die du gemacht hast. Boah, ja, so geil, Alter. Ich hol mir einen neuen GameStop-Hitsche. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie... Deine heißt Ultra und kostet 1499. Ich glaube, deiner heißt XL oder so. Kann das sein? Kann gut möglich sein. Auf jeden Fall. Ähm... 1299 ist der Standardpreis. Ich hab ihn aber auf 1168 Euro runtergehandelt. Indem ich halt zum Beispiel... Runtergehandelt? Du hast einfach Sachen weggelassen. Ja. Nein, 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 nicht weggelassen. Einfach Sachen... Doch, weggelassen. ...wissere Sachen genommen. Zum Beispiel brauch ich kein i7, weil i7 hält halt länger meine... Also, hab ich mal nachgelesen. Und ist halt für Video-Qualitäten wie Rändern zum Beispiel besser. Aber fürs Gamen ist i5 und i7 kein Unterschied. Das stimmt, aber recht. Ich brauch auch keine 680, ähm... GTX... Speich... Äh... Speicher. Mhm. Ähm... Grafikkarte. Mir reicht auch die 670er. Ich spiel kein... Ähm... Crysis 3 auf Ultra. Ich brauch auch... Was brauch ich? Ich brauch kein Betriebssystem. Wieder 55 Euro gespart. Und, ähm... Weil ich ein Windows 7 hab, was mir taugt. Und... So sind wir halt dann dazu gekommen, dass... Du kannst ja einmal Windows XP mitkaufen für mich. Nein. Und dann, ähm... Genau. Ja. Auf jeden Fall sieht das auch geil aus. Das Gehäuse, wie ihr bei Olli auf der Facebook-Seite sehen könnt. Name das Geist LP. Ja, www.facebook.com slash Name das Geist LP. Link unten in der Videobeschreibung. Genau, ähm... So wird der hier auch sein. Also, das Gehäuse. So sieht der aus. Und das ist einfach... Das ist kein PC mehr. Ja, für mich ist das immer noch ein Transformers. Ein Transformers. Genau. Grammatik Level... Unimaginable. Nein! Na! Ich hab meine APD weggelegt! Ich hab die... Ich hab die... Ich hab sie leer geschossen, ne? Ja? Ich hab sie leer geschossen, meine Pistols. Dann hat er zur APD gewechselt, während ich Waffe getauscht hab. Äh, 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 Penis. Und ich hab die Pistols drehen. Oh, sorry, lol. Lol. Ich lauf. Ich lauf. Die Muster, acht Sekunden später kommt maximale Munition. Warte, mein Ping. Oh, 257. Erbessert. Erbessert. So, jetzt bitte, Box, bitte. Ganz ehrlich, bitte. Irgendwas Annehmbares, ja. Raygun. Geht. Alter, dieser... Dieser Ping ist schlimm. Der ist einfach nur schlimm. Bin wieder da, Leute. Hört man, es rauscht wieder. Ja, so ist das nun mal. Warte mal. Wow. Wieder da und gleich wieder weg. Hihi. Wow. Geh weg, geh weg, geh weg. Haha. Achso, du wolltest gar nicht boxen? Nee, wollte ich nicht. Ich hab gar nicht das Geld dazu. Oh, ist das geil. Hm, ich freu mich so über eine RPG. Oh, ist das geil. Eine verfickte Scheiß-Drecksfresse. Oh, wie schön ist das, alter, dieses... Schöne, diese schöne, leichte, im Gehen der Hand zu halten. Wow, hat die eine... Hat die einen Wumms, du? Du weißt gar nicht, wie viel Damage dir anrichten kann. Ja, so viel wie ich an dir anrichten werd, wenn ich dich mal wiedersehe. Na, ich glaub, du wüsstest sogar, wie viel coolen Damages machen würdest, wenn du sie nicht weggelegt hättest. Meine Fresse. Du weißt ja gar nicht, was du dann verpasst hast. Halt deine Faden. Ich sag gar nichts mehr, sonst darf ich irgendwas auspiepen. Ja, SMR unbedingt, unbedingt. Beste Waffe der Welt. Jetzt halt's Maul. Mann, 100 Schuss-Magazin. Wie viel hat denn deine M16-12, was weiß ich, die M12-16? Hab ich nicht mehr, die Waffe. Mh, Hammer, wunderschön. Ja, der Ost-Jig-Jig und der Areal-Auto. Keine Ahnung, Stimmbraun. Ariel. Kannst du die mal holen? Ich deck dich. Ariel, die nicht mehr Jungfrau. So. Boah, naja, das ist... Meine, 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 meine. Zieh dich. So, komm, jetzt tun wir die G-Com für... Die Maw-Maschinen austauschen. Nein, gut, Fall ist gut. Kipp in den RPG, kipp in den RPG, kipp in den RPG. Hm, ich glaube, ich nehme... Nee, soll ich die Raygun gegen die zwei tauschen? Ähm, ja. Einfach, weil wir dann weniger Crawler haben, du dich nicht selber downst. Es gibt kein Chugger, vergiss es nicht. Ja. Zum Decken ist die Raygun manchmal gut, aber zu sonst ist sie in dem zweiten nix, finde ich es mehr gut. Boah, Achtung, Achtung, Achtung. Boah, Ossi, Alter. Ossi ist so ein Lappen, weißt du, er blockt mich von dem anderen weg, um selber wiederzubeleben. Geht dann selber down. Ich hätte dich ja gedacht, ehrlich, meinen Raygun. Hammer nice, Alter, hammer nice. Abobo hammer. Weißt du jetzt an, ich weiß, jetzt war ich bei den Deppen, äh... Oh, ich bleib bei ihm hängen, läuft wieder... Wer ist Okta? Der Ossi, halt! Oh, Mann! Ja, das könnte jetzt etwas lustig werden mit so einem... Okay, ich bin down. Danke, tschüss, schöne Welt. Gott! Noob, 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 Ossi, Auto, Ossi und Auto, Lappen. Bitte könnt ihr deutsche Lötz, echt. Krem. Oh, Mann. Okay, dann würde ich sagen, geh mal weiter, oder? Ja, klar. Öffentliches Spiel, warum habe ich nur 30 Frames? Was ist da los? Ja, ich konnte mit A608... Wir können auch gerne auf deiner mutiert spielen, aber nee, hier, komm, Stadt, Überleben. Ein gutes Spiel, das glaube ich dir nicht. Äh, 16. Schon eher. Was, 16 Leute spielen das? Nein, 16 Lobbys. Was soll ich da? Infinite Hunters. Nein, wir warten noch. Punished Sniped, nenne ich mich als nächstes. X Sniped XX, der dann mit der PDW auf Raid rumläuft. Na, hatte ich schon genug, Trottel. Na, komm, einer wird sich doch noch finden. Boah, jetzt bin ich ehrlich an dem Tag schon dreimal down gegangen, weil mich irgendwelche Leute blocken. Hm, und die Frage ist, wird es ein 40es Mal geben? Nein! Nein, 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 nein. Äh, oh, meine Flesse. Ja, es lief halt, du Lötz. Boah, wie oft habe ich in der Aufnahme jetzt schon Lötz gesagt? Keine Ahnung, ist mein neues Rage-Wort. Lötz. Habe ich von einem Kumpel aus der Schule, ja, du Lötz. Austrian Homer, alles klar. Der gefällt mir. Maximilian, nicht ragen, der kann Deutsch. Höchstwahrscheinlich. Österreicher, die können generell kein Deutsch. Können, die sprechen, Alter. Höchstwahrscheinlich, die können doch kein Deutsch. Jetzt komm, jetzt muss ich lachen, ne, Schwach? Sagen wir, ja, wir kommen aus Bayern. Ja, mein Gott. Wo schon mal schönen Dialekten sind, viel Gruß an alle Sachsen, die zu... Hallo? Nein. Ich mute ihn erst mal. Nein, ich mute ihn nicht. Hallo? 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 Ich glaube, du hast deinen Voice-Chat aus. Ich höre dich nämlich nicht im Voice-Chat. Ich habe ihn schon. Ja, wahrscheinlich in den Optionen hast du ihn aus. Kann ja sein. Wie kann ich das machen? Okay, ready, ready. Komm. Der heißt BBC. Der muss gut sein. Der ist vom amerikanischen Fernsehen. Äh, vom... Moment. Ist BBC englisch oder amerikanisch? BBC... Okay, der wird... Ich sollte ihn eigentlich muten, weil ich das ja hochlade. Aber... Wird so lachen, wenn ein Straßenausnummer blöd. Ja, genau. Aber wann darf der Piepton mal wieder rausgekramt werden? BBC ist übrigens RTL nur in Englisch, also ist es auch schon wurscht. Naja, BBC hat auch gute Sachen. Nein, BBC ist ja... Es war jetzt Spaß gesagt mit dem RTL. Oh, fuck Englischheft. Ja, Maximum muss sein PC wieder runterkühlen, indem man dem Englischheft Luft zuwedelt. Das habe ich... Ah, habe ich noch gar nicht gesagt. Nee. Der PC schmilzt fast, deswegen wollte ich ja den neuen PC. Jetzt kann ich endlich Black Ops 1, MB2 spielen. Ja, war ja klar. Ja, Ösi. Hier, also... Ah, war noch kurz beim Piston reiten hier. Ich höre jetzt mal auf, was größer hier zu sagen. Was willst du jetzt hier mit Minecraft Piston reiten? Weißt du, Piston? Okay, der Anon Soldier. Baby, you make my piston extend. Best known soldier. Ab BBC ist das der? Nee, BBC ist... Äh, was? Anon Soldier, ist das der BBC? Ja, das war der... Das war mal der BBC. Jetzt ist es Anon Soldier 3.